Die Herausforderung. Wie macht man den in Frankfurt noch sehr unbekannten Makers' Mark bekannt und überwindet für den Konsumenten den letzten Meter zur Bar? Die Idee durch einen neuen und sehr mutigen Signature-Drink. Makers' Mark meets Abbevoy, der Makers' Mark Manhattan war geboren und fand Einzug in die Bars. Hauptzitat für den neuen Drink war das Heiligtum der Frankfurter Trinkkultur, der Apfelwein. In der Regel nur als Mission Impossible Getränk bekannt, sorgte er so für den gewissen Zündstoff in der Kampagne. Die Umsetzung. Zur breiten Bekanntmachung wurde eine Plakat-Mix-Kampagne mit Verlängerung in sozialen Netzwerken aufgesetzt. Im Umkreis der kooperierenden Bars kamen ganz sollen mit einem Geo-Targeting-Approach inklusive Motivaussteuerung zum Einsatz. Ergänzt wurde dies mit einem Location-Based-In-App-Targeting auf den mobilen Endgeräten. Poster-Tower an Knotenpunkten sorgten für maximale Motivwirkung. Durch Flyer-Verteilung wurde auf teilnehmende Bars hingewiesen. Als weiteres Highlight wurde das Motiv an exponierten Stellen mit aufmerksamkeitsstarken Sonderumsetzungen zum Leben erweckt. Das Ergebnis Mission Possible. Deutliche Verkaufssteigerung in allen teilnehmenden Bars. Und der Ritterschlag für den Drink? Die feste Integration auf der regulären Getränkekarte bei einer Vielzahl der Bars. Selbst am stationären Handel kam es für Makers Mark zu signifikanten Abverkaufssteigerungen.